hallo und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist mr worker hodik und falls du noch kein abo da gelassen hast möchte ich bitten einmal unten auf den roten button zu drücken und gleich dann irgendwie glocke zu aktivieren damit du keines meiner videos mehr verpasst außerdem würde ich mich über einen daumen rauf freuen du siehst ich habe hier schon ein paar sachen vorbereitet das sind schatten morellen bzw dauerkirschen wie es zu den unterschiedlichen namen kommt weiß ich persönlich nicht aber am ende kommt sie im supermarkt halt als schatten morellen zu kaufen die sind bereits in ein Glas eingelegt und dort sind sie auch schon waschen und entkernt falls du das aber nicht so haben solltest sondern eben frische kirchen kaufst musst du diese vorher einmal gut abwaschen genauso wie du deine hände gut abwaschen solltest denn an deinen händen können immer viren und bakterien sein und früchten können immer pestizide sein die du alle nicht mit essen möchtest als weitere zutaten habe ich heute schoko streusel kokosnussmilch uns gut lesen in dem fall übrigens ohne zucker ganz wichtig und einen sprüh sahne ersatz heißt das gesamte das her ist sogar vegan genau als materialien habe ich einfach nur mein dessert glas und einen teelöffel mehr brauche ich nicht meine tischplatte ist auch schon mal gut abgewaschen worten also falls ihr was daneben geht kann ich es gleich da hinein packen ich hoffe aber dass dann nichts zu nehmen so nun fange ich mit meinen schattenmorellen an und gebe diese einfach direkt in mein bisher glas zwischendurch könnte sein dass ein bisschen kirschsaft mit hinein läuft das bürschen und schattenmorellen ist wirklich das gleiche ach mein glas wird ordentlich voll das ist schön man sollte aber nicht einfach rein kippen das würde nicht funktionieren und würde eine ganz schöne sauer rei geben abtupfen gut nun gebe ich meine kokosmilch einmal direkt dazu gebe die sie hier einfach langsam an der seite hinein so lange bis meine dessert schade etwas über die hälfte gefüllt ist und an manchen stellen sieht man das vielleicht schon verfärbt sich die milch jetzt schon rosa das soll sie auch tun damit sie das weiterhin tut hebe ich die kürschen jetzt ein wenig unter übrigens der kirschgeruch der verteilt sich jetzt schon sehr gut und vermischt sich gleichzeitig mit diesem sojamilch gut es ist schon sehr sehr lecker und ich habe jetzt schon bock das ganze zu verspeisen meine milch ist ein bisschen rosa geworden wenn sie es bei dir auch so tut ist das vollkommen in ordnung schmeckt einfach sehr viel leckerer nun nehme ich meinen sprüh sahnen ersatz und mache hier in der mitte so ein kleines häubchen und als krönung des ganzen nämlich noch einen teelöffel schokostreuzel garniere das ganze einmal und kann das ganze so wie es ist als servieren als du es im sommer herrichten solltest empfehle ich dir das ganze noch mal für 20 minuten in den kühlschrank zu stellen damit es frischer wird wenn es aber gleich verspeisen möchtest ist auch vollkommen in ordnung danke dir fürs zusehen teile mein video gerne wenn es dir gefallen hat wünsche dir viel viel spaß beim nachmachen und natürlich guten appetit 팅 und Untertitelung des ZDF, 2020